Siegesmundgraf Kolonitz von Kolograd auch. Kolonitsch, Kolonich, Kolonics, Kolonitsch war nach 1700 Taitula Bischof von Skutari, wurde 1709 Bischof von Weizen, war von 1716 bis 1722 Fürstbischof der Diözese Wien und von 1722 bis 1751 der erste Fürsterzbischof von Wien. Er wurde 1727 zum Kardinalpriester von Santi Marcellino e Pietro erhoben. Er hielt 1740 als Kardinalpriester die Titel Kirche San Cresogono und 1747 von Kaiser Franz I. den Titel Protector Germanié. Leben. Siegesmundgraf war ein Sohn von Ulrich Reichsgraf Kolonitz von Kolonitz, Freiherrn zu Burg Schleinitz und Heindorf auf jeden Speigen und Großschützen und wurde von seinem Onkel, dem Kardinalfürst Primas von Ungarn und Erzbischof von Gran Leopold Karl Graf von Kolonitz gefördert. Nach dem Besuch des Jesuitenkonvokts in Neuhaus studierte er am Deutschen Kolleg des Apollinares in Rom und wurde promoviert zum Doktor der Theologie. Am 22. Oktober 1699 wurde er zum Priester geweiht, war bereits 1700 Domherr in Gran und wurde zum Titularbischof von Skutari geweiht. Ab 1705 war er königlicher ungarischer Rat und ab 14. Oktober 1709 Bischof von Weizen, wo er das Piaristenkollegium stiftete. Am 1. Juli 1716 wurde er Fürstbischof der Diözese Wien. Gemeinsam mit Kaiser Karl VI. bemühte er sich bei Papst Clemens XI. um eine Erhebung Wiens zur Erzdiözese. Der Passauer Fürstbischof Raimund Ferdinand Graf von Rabata versuchte dies zu verhindern, doch am 6. März 1721 stimmte die Kongregation in Rom zu. Erst am 1. Juni 1722 folgte der Beschluss des Konsistoriums der Kardinäle. Am 14. Februar 1723 wurde die von Papst Innozenz der XIII. unterzeichnete Erhebungsbole Suprema Dispositionen nach Wien gebracht. Kolonitz führte seither den Titel Fürsterzbischof, dem die Diözese Wiener Neustadt als Sofragan-Bistum unterstellt wurde. 1729 wurde das Wiener Diözesangebiet erweitert, als vom Bistum Passau das Gebiet unter dem Wiener Wald abgetrennt wurde. Von Papst Benedikt XIII. am 26. November 1727 zum Kardinal erhoben und zugleich zum Kardinalpriester von Santi Marcellino e Pietro ernannt. Wechselte Kolonitz 1740 die Titelkirche und wurde Kardinalpriester von Saint-Cré-Sogonot. Bereits 1747 hatte der Kardinal von Kaiser Franz I. den Titel Protector Germaniae verliehen bekommen. Er war ein eifriger Bischof, der von seinen Priestern das Tragen von Priesterkleidern und jährliche Exerzitien forderte. 1719 führte er auch Exerzitien für Laien ein. Für die Protestanten bestellte er einen eigenen konvertierten Priester. Er erhöhte das Stiftungskapital für die Priesterausbildung in St. Barbara und St. Stephan. 1727 erwarb er ein Gartenpalais in Wien-Landstraße. Dass er zu einem Armenhaus umbauen ließ, dieses wurde ab 1784 vergrößert und zum Invalidenhaus adaptiert. 1730 führte er eine Generalvisitation seiner Diözese durch. Er konnte auch den Rechtsstreit mit dem Domkapitel von St. Stephan für sich entscheiden, als ihm der Papst die Jurisdiktion über die Domherren übertrug. Im Gegenzug erhob er 1728 den Domprops, Josef Heinrich Breitenbücher, zum Generalvikar und Weihbischof. Da er der letzte des Geschlechts der Reichsgrafen Kolonitz war, adoptierte er 1728 den Sohn der Halbschwester seines Vaters Ladeslaus Freiherren sei von C. Söme. Er setzte ihn zum Erben seiner Herrschaften mit der Bedingung ein, dass er und alle seine Nachkommen mit gänzlicher Wecklassung ihres bisherigen Namens und Wappens sich nur allein Graf und Gräfin von Kolonitz nennen und schreiben sollten. Er liegt in der Bischofsgruft des Wiener Stephansdoms begraben. Kardinal Graf Kolonitz war mit dem Schulorden der P. P. Piaristen eng verbunden, sein Wappen ziert die Fassade der Wiener Piaristenkirche Maria Treu.